so jetzt dauert es noch kurz bis wir auf beiden kanälen da sind ich sehe die leute kommen schon rein wunderbar sehr schön dann darf ich herzlich willkommen heißen schönen guten abend meine damen und herren herzlich willkommen schön dass sie da sind mein name ist daniel mesmer ich freue mich sehr dass ich sie heute abend begrüßen darf bei dieser veranstaltung des deutsch amerikanischen instituts tübingen und der friedrich ebert stiftung das thema heute abend die transatlantische freundschaft auf dem prüfstand ein großer titel den wir hoffentlich gleich in großem detail auch erläutern werden beziehungsweise belichten werden was das denn bedeutet jetzt ist es ein paar tage erst her seit joe biden im amt ist und trotzdem hat sich schon einiges getan wir haben gesehen dass policies die von donald trump eingesetzt wurden bereits rückgängig gemacht wurden es wurde schon angekündigt dass es weitreichende veränderungen geben soll zu dem was die letzten vier jahre in den usa passiert ist und die frage ist natürlich wie wirkt sich das jetzt auf das transatlantische verhältnis aus sowohl politisch aber eben ganz besonders auch auf der bürgerlichen ebene ich weiß nicht wie es ihnen geht aber viele berichte oder viele kommentare die man derzeit liest die gehen so alle in die richtung das verhältnis ist beschädigt das ansehen der usa ist unwiderruflich verschlechtert worden in den letzten vier jahren die frage ist wie kommen wir da raus kommen wir da wieder raus was kann joe biden machen aber was können auch wir als bürgerinnen und bürger diesseits und jenseits des atlantik tun um diese freundschaft und dieses verhältnis zwischen den nationen aufrecht zu erhalten und vielleicht wieder neu zu beflügeln ich freue mich sehr dass wir heute abend ein spannendes gespräch haben werden wir haben zwei sehr tolle gäste und eine wunderbare moderation natürlich aber das aber nicht heute abend alleine auf die beine gestellt sie sehen wir haben frau anja dagatz hier die in vertretung der friedrich ebert stiftung da ist mit der wir gemeinsam diese veranstaltung heute auf die beine gestellt haben und auch die kreisparkasse tübingen und die stadtwerke tübingen haben uns in diesem unterfang hier unterstützt vorab noch ein paar infos für sie zum ablauf sie sehen schon es gibt ein dolmetsching in die deutsche gebärdensprache das ist sehr schön weil es eben auch dieses spannende gespräch noch einem etwas breiteren publikum öffnet sie werden auch die möglichkeit haben fragen einzureichen wenn sie auf zoom zugeschaltet sind gibt es die frage antwort funktionen die finden sie je nach betriebssystem ein bisschen an anderer stelle ist aber mit f und a gekennzeichnet und da haben sie die möglichkeit fragen einzureichen die frau klein dann weiter moderieren kann an das podium dann vielleicht noch ein hinweis in eigener sache sie haben ja vielleicht gesehen oder je nachdem wie sie auf die auf veranstaltung aufmerksam geworden sind dass das die natürlich noch viel anderes anzubieten hat da kann ich sie nur anregen auch mal auf unsere website auf den sozialen medien uns zu folgen anzuschauen was wir dort noch so tun zum beispiel haben wir am 4 februar ein spannendes gespräch geplant mit alice hasters autorin von was weiße menschen nicht über rassismus wissen wollen aber hören sollten ein tolles tolles buch und sie wird bei uns zu gast sein und uns mit uns über dieses wirklich wichtige und spannende thema unterhalten dass es am vierten februar um 19 uhr 15 an der gleichen stelle wie heute nämlich auf zoom und auf youtube soviel der vorworte ich freue mich auf eine spannende diskussion und gibt damit ab an frau dagatz von der friedrich ebert stiftung herzlich willkommen ja auch von meiner seite herzlich willkommen und einen schönen guten abend erst mal danke an das dai für die kooperation auch ich bin schon sehr neugierig und sehr gespannt was wir genau in diesen tagen jetzt schon analysieren können und diskutieren werden ich freue mich dass wir dieses thema heute diskutieren mit jakob schroth jakob schroth ist sowohl mit seinem privaten interesse als auch beruflich eng mit den transatlantischen fragen befasst er ist im erarbeitet hauptberuflich im bundeskanzleramt in der abteilung außen und sicherheit und entwicklungspolitik aber heute ist er hier in der funktion als gründer als gründer der initiative junge transatlantiker diese dieser verein dieses netzwerk hat sich 2011 gegründet hat mittlerweile schon 600 mitglieder und setzt sich für gute deutsche und europäische beziehungen mit den usa und kanada ein vielen dank herr schroth dass sie heute da sind und mit das diskutieren dann ganz herzlich herzlich willkommen siegmar gabriel siegmar gabriel heute hier als vorsitzender der atlantik brücke aber ich denke die meisten von ihnen kennen ihn noch und erinnern sich noch gut an seine zeit sowohl als wirtschaftsminister bundesminister für wirtschaft und energie aber vor allem natürlich in seiner zeit als bundesminister des auswärtigen amtes und als vizeminister und damit dann auch eben nicht nur ein analyst der transatlantischen beziehungen sondern auch ein gestalter und ein mitmacher dieser beziehungen sigmar gabriel ganz toll dass sie da sind dann ganz toll dass sie heute mit uns mit diskutieren und moderieren und führen wird das gespräch betina klein betina klein ist korrespondentin für das deutschland radio in brüssel sie sehen ich habe auch immer versucht zu betonen deutschland europa und die usa weil ich glaube die zeiten wo wir nur deutschland und usa diskutieren können sind lange vorbei europa ist ist unsere politische struktur unser kontinent unser referenzrahmen eben auch für transatlantische beziehungen insofern war es uns wichtig auch in der gesprächsführung eine europäische perspektive mit einzuladen frau betina klein ist seit vier jahren in brüssel ist schon seit langer langer zeit eine erfahrene radio moderatoren redakteurin schon seit 2004 beim deutschland radio deutschland funk und hat selber auch schon aus washington berichtet war selber auch vor ort und ist also im alltag mit den transatlantischen mit den politischen transatlantischen beziehungen befasst vielleicht darf ich hier sagen nicht nur hardcore politisch so wie wir es heute diskutieren werden sondern sie hat auch ein entzückendes buch geschrieben über alltag in florida ich will es nur hier angeben es gibt eben auch diese angenehmen und lustigen seiten von von den usa aber heute wenden wir uns sozusagen den ernsthaften transatlantischen beziehungen zu schön dass sie da sind und mit diesen worten würde ich dann an frau klein übergeben vielen dank vielen dank frau dagatz für ihre netten worte und guten abend auch von mir und herzlich willkommen an mal gabriel und an jakob schroth auch von mir die das thema ist ja schon sehr verkürzt zugespitzt worden wie beschädigt ist das verhältnis und wie kommen wir da raus wir haben ja eine stunde anderthalb stunden zeit darüber zu diskutieren deswegen würde ich ganz gerne zur einstimmung gemeinsam mit ihnen mal so ein bisschen zurückschauen auf die vergangenen wochen wie sie das erlebt haben wir haben vier ungewöhnliche jahre erlebt unter donald trump um es freundlich auszudrücken diplomatisch auszudrücken und dann kam nach der wahl zweieinhalb monate tja der hängepartie wo eigentlich viele nicht wussten wird es einen demokratischen machtwechsel geben was werden wir noch erleben und dann vor einer woche am 20 januar genau diese normalität die plötzlich wieder einsetzte die rede von joe biden auf den stufen des kapitol man sah wieder sozusagen das klassentreffen der früheren präsidentenpaare dort und plötzlich sind wir das wäre jetzt meine frage wieder in einer art normalität eingetreten in den vereinigten staaten von amerika ich würde interessieren wie sie das wahrgenommen haben wie sie auf die letzten wochen jetzt auch zurückblicken sigmar gabriel vielleicht ja erstmal vielen dank für die einladung zur diskussion hier ja wie ich habe wahrscheinlich die letzten wochen genauso wahrgenommen wie die meisten anderen mit irgendwie wachsendem entsetzen also donald trump war ja man einiges gewöhnt gewohnt aber dass jemand sozusagen da an dem tag an dem das die auszählung des electoral college erfolgen soll sich dahin stellt und die menschen auffordert die pennsylvania avenue rauf zu gehen und letztlich capitol hill zu stürmen das hat mich jedenfalls sehr erinnert an die rede von von gobbels volk steh auf und sturm brich los da musste ich dran denken auch wenn die personen gott sei dank nicht vergleichbar sind aber das aufwiegeln der menschen zum sturm demokratischer institutionen das hätte selbst ich donald trump nicht zugetraut das muss ich zugeben trotzdem glaube ich ist es ein großer fehler von uns gewesen alle miteinander dass wir viel zu sehr auf donald trump geschaut haben so wie es glaube ich auch ein fehler ist zu glauben die entwicklung sei eine die in den letzten vier jahren stattgefunden hat ich glaube donald trump ist viel mehr ergebnis einer entwicklung in den usa als ursache jahr hat sozusagen auch selber noch seinen teil dazu getan war so eine art brandbeschleuniger aber die entwicklung in amerika die spaltung der gesellschaft aber auch die so fast schon normale geopolitische veränderung der usa weg von europa und hin zum indopazifik hat lange vorher begonnen und ich glaube damit und mit den mehr als 70 millionen menschen die ihn nach vier jahren gewählt haben müssten wir uns mehr auseinandersetzen als mit ihm als person wenn wir gleich darauf kommen auch die situation in den usa noch mal näher analysieren bevor wir dann auf das transatlantische verhältnis schauen und auch auf die konkreten politikfelder in denen wir jetzt gleich zusammenarbeiten oder wo es eben auch weiter unterschiede gibt da schroth die frage ich mal an sie wie weit wie sehr wirkt das jetzt im augenblick noch nach was wir die vergangenen wochen jetzt erlebt haben sozusagen eine art traumabewältigung das nicht klar war ob es sozusagen wirklich zu einem friedlichen machtwechsel in usa kommen wird nachdem trump das nicht anerkannt hat dass das wahl ergebnis wie sehr wirkt das noch nach ja ich würde sagen so so entsetzlich und so schockierend das auch wahr desto größer ist jetzt der sagen wir mal dass das aufatmen angesichts der normalisierung und dessen dass der verfassungsgemäße prozess bei der peaceful transition of power am ende des tages auch gehalten hat dass die demokratischen institutionen gehalten haben bis hoch zum supreme court der ja keine unbedingt demokratische mehrheit hat um es vorsichtig zu formulieren und ich glaube schon dass jetzt die letzten tage und wochen hin zu der transition nach dem sturm des kapitols wo man dann schon auch gemerkt hat dass durch die partei rein doch ein schockmoment gelaufen ist dass sich dann doch jetzt gezeigt hat die institutionen die die halten und die schaffen diesen demokratischen prozess der verfassung angelegt ist die das land selbst über 240 jahren vollzogen hat und auch dieses mal wieder erfolgreich vollzogen hat und ich glaube jetzt ist die gefühlslage eher eine des aufbruchs joe biden hat ja sehr sehr groß vorgelegt in seinen ersten tagen im weißen haus mit der ankündigung dass die usa dem pariser klimaabkommen wieder beitreten werden dass die usa der weltgesundheitsorganisation wieder beitreten werden mit den entsprechenden maßnahmen die der präsident per präsidialdirektive ergriffen hat im bereich der corona bekämpfung im bereich der einwanderung und natürlich auch das große motto rebuilding alliances wenn es über um die transatlantischen partner geht und die klassischen verbündeten in der sagen wir mal pre-trump zeit und ich denke jetzt ergibt sich mittlerweile so ein gefühl der der hoffnung des aufbruchs und ich denke das konkrete arbeiten dass es nicht nur bei hoffnung sondern auch zu ergebnissen dann kommt auch im transatlantischen bündnis ist die beste traumabewältigung die man da vollziehen kann wie wichtig ist es dass eben die institutionen gehalten haben sage ich mal dass die demokratie gehalten hat und dass wir eigentlich wieder sagen können im grunde genommen sind die usa was das angeht weiterhin ein vorbild während man in europa vielleicht auch in deutschland schon so eine art abgesang letzten endes gehört hat wir kommen vielleicht noch darauf wie wie beschädigt auch das transatlantische verhältnis auch auf bürgerebene geworden ist aber muss man stärker den fokus auch darauf lenken dass diese sehr alte demokratie eben auch diesen stresstest bewältigt hat und dort jetzt eben mehr oder weniger es normalen institutionen weitergeht bewältigt hat haben die vereinigten staaten diesen wie sie das nennen stresstest ganz gewiss noch nicht und ja die am ende haben die demokratischen institutionen funktioniert die frage in entwickelten demokratien ist aber nicht ob die institutionen funktionieren sondern sie ob sie gesellschaftlich noch ausreichend verankert sind und akzeptanz haben da muss man ein bisschen vorsichtig sein deswegen glaube ich würden die amerikaner sich selbst derzeit nicht als vorbild bezeichnen dafür liegt so viel im argen ich will das mal in einem beispiel deutlich machen wenn in wenigen staaten ich glaube drei sind es einer von nevada arizona insgesamt 44.000 wählerinnen und wähler anders gewählt hätten nicht mehr nur 44.000 dann hätten wir im electoral college eine lage gehabt dass 279 stimmen gegen 279 stimmen stehen und jetzt können sie sich ja mal vorstellen was dann im repräsentantenhaus und im senat los gewesen wäre dann hätten die leute um ted cruz versucht sozusagen eine lage wie mitte der 70er jahre des 19 jahrhunderts herbeizuführen das wäre eine echte tiefe verfassungskrise gewesen und die delegitimierung der demokratischen institutionen in den vereinigten staaten ist ja weit fortgeschritten wenn bis jetzt immer noch mehr als 70 prozent der republikanischen wählerinnen und wähler wirklich glauben die wahl sei gestohlen worden dann merken sie wie tief das sitzt und ich glaube es geht gar nicht so sehr um die frage ist man vorbild oder nicht sondern wir sind in den allermeisten entwickelten alten demokratien der industrie staaten vor völlig neuen gesellschaftlichen herausforderungen und wenn man die lange zeit ignoriert und das muss man glaube ich sagen dass das in den usa passiert ist dann geht einem irgendwann ein teil der bevölkerung verloren und dann greifen menschen zu mitteln von denen sie glauben dass sie deshalb legitim sind weil sie inzwischen meinen es gehe um die rettung des abendlandes man muss einfach sehen in den vereinigten staaten die menschen die trump gewählt haben das sind ja nicht alles vollidioten oder leute die irgendwie zu ungebildet wären sondern er hat große anhängerschaft gefunden unter denen die den eindruck haben dass die amerikanische politik sie seit jahren wenn ich jahrzehnten vergessen und vernachlässigt vergessen hat und vernachlässigt wird nur ein beispiel dafür in den oecd staaten also in den industrie staaten ist amerika das land in dem sie die zukunft von kindern am einfachsten dadurch vorhersagen können dass sie sich den lebensweg der eltern anschauen also im land des american dream vom tellerwäscher zum millionär ist die soziale mobilität so gering wie nirgendwo sonst auf der welt und das zeigt da ist mehr im argen als sozusagen der sechste januar sondern es geht um die frage was passiert da eigentlich in der amerikanischen gesellschaft und steht die eigentlich noch in ausreichendem maß hinter den demokratischen institutionen ob das ist die dann darf man fragen wie ist das eigentlich in europa ist das wirklich eine rein amerikanische entwicklung oder gesehen wir die in europa in anderem umfang in anderer qualität aber doch ähnlich auch ich würde sagen ja kommen wir noch darauf per schoth vielleicht noch mal wir haben die strukturelle analyse von sich gerade gehört vielleicht kann man sogar sagen dass die usa das wovon weltweit sehr viele länder auch betroffen sind vieles bis ins extrem durchgespielt haben ja dazu gehört ja auch die digitalisierung wie können online netzwerke benutzt oder sogar misbraucht werden ist noch mal ein extra punkt demokratie hing am seidenen faden hat gabriel gerade gesagt was bedeutet denn das für das für das transatlantische verhältnis im augenblick und dafür dass sozusagen das vertrauen in die demokratie möglicherweise eben auch hier und auch in europa nicht mehr so gefestigt ist wie vielleicht noch vor ein paar jahrzehnten naja ich glaube um die frage zu beantworten muss man schon ein bisschen auch in die amerikanische geschichte gucken und ich bin sehr skeptisch bei aussagen wie dass die amerikanische gesellschaft noch nie so gespalten war wie heute ich glaube wenn man abraham lincoln 1865 fragt bei 200.000 bürgerkriegstoten ob die amerikanische gesellschaft gespalten war oder nicht ich hätte ja auch eine antwort und wir haben in den 60ern und 70ern mit den gesetzen für civil rights act et cetera auch massivste ausschreitung in amerikanischen gesellschaft gehabt werden vor dem ersten und dem zweiten weltkrieg massive ausschreitung über die frage was ist die amerikanische rolle mit tiefer tiefer spaltung der amerikanischen gesellschaft ist völlig unbestritten dass die amerikanische gesellschaft gespalten ist in einer art und weise die das potenzial hat die demokratie zu beschädigen aber ich glaube dass manchmal so ein bisschen in diesem narrativ amerikas ein geschwaltenes land und es gibt ja eigentlich kein tag wobei das nicht ein neues buch erscheint mit titeln die zerrissenen staaten von amerika die geschwaltenen staaten von amerika die uneinigten staaten von amerika dass das auch so ein bisschen auch ein bisschen auf ein licht auf uns eigen auf unsere eigene politische kultur wirft denn die usa war nie eine konsenskultur die sozusagen als eine große masse in eine richtung geleitet wurde sondern das land in seiner ganzen diversität und vielfältigkeit spiegelt sich auch in der vielfalt und demisität der meinungen wieder der unterschied von heute zu sicherlich im vergleich der letzten jahrzehnte ist dass dieser diskurs nicht mehr einer ist zwischen meinung und fakten sondern ganz stark zwischen werten zwischen zwischen einer vermischung von glauben und politik wo es nicht mehr um den meinungsaustausch auf einer sachlichen ebene geht sondern um eine starke identifikation auch mit einem politischen lager was der diskussion nicht mehr möglich macht und das macht mir das macht mir schon sorgen ich würde allerdings noch hinzufügen wollen es gibt noch so einen kleinen unterschied zwischen dem glauben der amerikaner institution und den glauben der amerikaner an die verfassung die vereinigten staaten haben nach wie vor einen großen konsens auch in allen lagern was die was die amerikanische verfassung betrifft und das ist nach wie vor eines der der kit elemente wenn man so will dass die gesellschaft noch noch zusammenhält deswegen würde ich jetzt die sagen wir mal zerbrechlichkeit der demokratischen strukturen noch nicht sozusagen in dieser in diesem extremen maß erkennen wollen gleichwohl natürlich die die ereignisse in den letzten wochen und monaten hoch bedenklich sind und einmalig sind mit dem sturm auf dem kapitol und einmalig mit dessen dass ein präsident zweimal im amt angeklagt worden ist ich würde gerne mal nachhaken her schroth vielleicht entschuldigung dass ich da mal noch mal reingehen noch mal nachzufragen ich habe es vorhin stresstest genannt ich weiß nicht ob gabriel das sozusagen sich davon ist distanzieren wort es war quasi eine eine überlegung die man da anbringen kann her schroth sagen sie mal ein paar punkte sagen wo jetzt reform bedarf als allererstes angezeigt ist also wir haben ja gesehen dass bestimmte dinge nicht gesetzlich geregelt sind zum beispiel muss der präsident oder der kandidat nicht seine steuererklärung offenlegen bisher ist nicht für möglich gehalten hat das so wie jemand erstens höchste amt schafft die rolle des geldes der 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 sozusagen der spender ist ein punkt an welchen geben sie zwei drei beispiel an welchen punkten müsste die amerikanische demokratie jetzt nachbessern was sagen ihnen ihre amerikanischen gesprächspartner naja also erst einmal glaube ich steht das thema kampagnenfinanzierung ganz weit oben der amerikanische wahlkampf ist einer der mittlerweile extrem von von spenden getrieben wird da gibt es verschiedene entscheidungen von dem supreme court die die darauf hindeuten dass sozusagen man nicht gleich free speech gleichgesetzt wird und das führt dazu dass das kampagnen ganz stark natürlich auch von von finanzquellen abhängen ob die erfolgreich sind oder nicht und und das ist sicher ein reform bedarf den auch beide lagen im übrigen anerkannt haben das zweite was so steuererklärung und transparenz angeht absolut aber diese debatte die ist in amerika schon immer laufen aber ich glaube es gibt wirklich kein reform bedarf bei beim verfassungsgang denn wenn es im electoral college in gleichstand gegeben hätte dann gibt es in der verfassung entsprechendes verfahren das da geregelt worden ist dann wäre nämlich im repräsentantenhauses einer zu einer abstimmung gekommen bei dem aber nicht die einfache mehrheitsverhältnisse einer normalen repräsentanten auswahl zum tragen kommen sondern jeder amerikanische bundesstaat also 50 an der zahl hat entsprechend eine stimme und die mehrheit entscheidet und das wäre die mehrheit die stellen die republikaner in den bundesstaaten somit hätten die republikaner da eine mehrheit bekommen da hätte es in der tat dann eine verfassungskrise dahin gegen gegeben dass natürlich verfassungskrise aber wieder erhebliche bedenken weil dann natürlich der abstand im popular vote also in den absolut abgegebenen stimmen zwischen beiden und scham noch mal frappierender wäre wenn der verfassungsprozess dann einen anderen kandidaten ergeben hat letzter punkt das ganze thema electoral college ist ja eins das sozusagen zur gründung dieser institution hin und rauf diskutiert wird und und es gibt gute argumente dafür und dagegen ist beizubehalten wir in deutschland haben ja guten reform bedarf bei unserem wahlprozess das sollten wir auch unsere eigene nase des öfteren mal fassen aber das sind so drei punkte die ich sagen würde finanzen transparenz bei den kandidaten auch und das dritte eine ernsthafte diskussion ob das electoral college heute noch so nötig herr gabrie um das weiter noch abzuschließen noch mal die analyse der situation in den usa selbst wenn sie sagen die hälfte des landes oder die siebzig millionen wähler von donald trump stehen eigentlich nicht mehr die institutionen sie sind sagen werden nicht mehr mitgenommen aus ihrer sicht was sozusagen ist das erste was beiden da jetzt einleiten muss um diese trump wähler zum beispiel aber eben auch andere teile der bevölkerung wieder mitzunehmen und wieder an vorzunehmen jedenfalls nicht eine wahlrechtsreform ich muss ganz offen sagen ich seien sie mir nicht böse ich halte das wie sie das beschreiben für eine verniedlichung des problems es gab in der geschichte amerikas noch keinen präsidenten der einen innenminister eines landes angerufen hat und gesagt hat du ich brauche jetzt mal 11.700 stimmen von dir es gab noch nicht 100 abgeordnete des repräsentantenhauses die nach dem sturm aufs kapitol noch versuchen die wahl anzufechten der mir nur glück gehabt dass die wahl weitergehen konnte weil kein senator nach dem sturm aufs kapitel die unterschrift hergegeben hat und es ist noch nicht so gewesen dass und das ist glaube ich das problem dass wir übersehen dass eine reihe von politischen aktivitäten in amerika inzwischen stattgefunden haben die in diesem land früher unvorstellbar gewesen wären es ist nicht der erste sturm auf eine institution gewesen sondern es gab besetzungen von kapitolen in bundesstaaten es gab die besetzung übrigens von senatsgebäuden gegen den richter gegen die ernennung des richters caravan es gab eine ganze reihe von solchen auseinandersetzungen die sozusagen das spektrum innerstaatlicher opposition bis ins gewalttätige erweitert haben das gab es in amerika nicht und der verweis auf die verfassung ist deshalb nicht so zielführend wenn sie mir das gestatten die kritik ist weil natürlich glauben die feinde sozusagen dieser wahl auch dass sie die verfassung verteidigen das ist doch das problem dass in diesem land 70 million menschen erklären die anderen etwas zum oberhalb ihres wahl ergebnis liegenden hätten die verfassung zerstört und in dem land stehen eben nicht mehr wettbewerber beieinander sondern feinde und wenn in einem system des mehrheitswahlsystem ist politische parteien sich nicht mehr als wettbewerber sehen sondern unterstellen dass die wahl des jeweils anderen der untergang der nation ist dann hilft ihnen der verweis auf die verfassung nichts weil die dann bereit sein werden mittel einzusetzen im glauben dadurch würden sie die verfassung verteidigen die durch nichts mehr legitimiert sind sagen sie ein beispiel ein schritt gabriel um eine frage zurück zu kommen dann müsste ich aber noch mal darauf antworten dann werden wir weiter über diese frage streiten ich finde nur dass aber wenn sie kritik äußern dann dann müssen sie ja auch darauf hinweisen dass das dann so weit man darf nicht man darf erschrohen man darf nicht das ist meine überzeugung es heißt nicht dass man die amerikanische politik oder das das land sozusagen nicht mehr ernst nimmt oder die demokratie dort aufgehoben fühlt wenn wenn man darauf hinweist ich glaube dass sozusagen joe biden recht hat wenn er in seiner antrittsrede sagt dass sein land noch nie in so großer gegendenschaft zueinander gestanden hat es ist ja nicht so dass wir das beschreiben seine gewählte amerikanische präsident beschreibt das dass in amerika inzwischen wenn man heiratet gefragt wird welche partei eigentlich der ehepartner wählt und dass der wohnort danach gesucht wird ob man eher in demokratischen oder republikanischen wohnviertel nicht das finde ich ist eine entwicklung die ist ein bisschen mehr als zu sagen probleme hat es immer gegeben Herr schroth darf jetzt mal antworten Kritik ist in meinem gut aber sie werden mir sicher meine meine erlauben weil sie haben jetzt ganz viele sachen durcheinander geworfen das erste ist dass sie durcheinander geworfen haben es gibt einen unterschied zwischen denjenigen die aufs kapitol gestürmt sind und 70 millionen amerikanern das heißt hier zu versuchen zu sagen diejenigen für donald trump gestimmt haben aus welchen gründen auch immer die sich mir nie völlig erschließen werden jedenfalls nicht rein rational dass sie sozusagen jetzt in mithaftung dafür genommen werden pauschal finde ich ein bisschen bisschen allgemein das zweite ist hat überhaupt niemand verniedlicht was diesen sturm aufs kapitol angeht das ist ein einmaliger angreif auf die demokratische demokratie und es ist richtig und ich bin auch ein paar wächter davon dass es zum zweiten amtsinhebungsverfahren gekommen ist unabhängig davon ob das am ende erfolgreich ist um einfach auch das zeichen zu setzen dass es grenzen gibt und dass es eine überschreitung war incitement of violence die durch nichts zu rechtfertigen und durch nichts zu zu legitimieren ist und in der tat ich meine die spaltung der gesellschaft insbesondere auch zwischen den freunden zwischen familien wo man sich nicht mehr an thanksgiving treffen kann die die ist hochbedenklich die ist hochbedenklich und es muss ein es muss ein weg gefunden werden damit dieses land wieder einen nationalen dialog eintritt und das hat beiden ja auch in seiner antwort sede zu recht gesagt hat gesagt auch an all diejenigen die mich nicht gewählt haben hört mir zu und gibt mir eine chance gibt mir eine chance meiner sicht auf die dinge zu 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 benennen und lasst mich ein präsident für alle amerikaner sein und das ist genau der weg den er jetzt vorangehen muss damit das jetzt damit dieses land nach diesen jahren und nach diesen schrecklichen ereignissen insbesondere beim kapitol jetzt wieder wieder heilen kann ich glaube ich hatte mir schon sorgen gemacht wir bekommen hier keine kontroverse zwischen zwei transatlantiken aber so kann man sich auch unterschiedliche interpretation ich würde gerne wenn ich darf und erlauben sie mir noch mal einen schritt jetzt voranzugehen nach einer doch auch relativ düsteren und auch kritischen analyse dessen was wir haben noch mal aufs transatlantische verhältnis schauen es gibt eine jüngste studie des european council on foreign relation nach der tatsächlich 53 prozent der deutschen den usa nicht mehr so richtig trauen es ist klar dass wenn es konflikte geben würde zwischen den usa und china usa und russland wie auch immer ist auch nicht mehr klar dass man in diesem falle sich an die seite der usa stellen würde herr gabriebe kommt man sozusagen dieses vertrauen in die vereinigten staaten wieder aufgebaut wenn die situation auch so düster ist wie sie sie gerade beschrieben haben weiß gar nicht ob die so düster ist es ist jedenfalls glaube ich erst mal die realität und um das noch mal zu sagen wenn zwei drittel der wählerinnen und wähler von trump oder sogar noch mehr der überzeugung sind die wahl ist gefälscht dann ist das ein dramatisches zeichen und die müssen nicht alle miteinander aufs kapitol stürmen um zu verstehen dass das mehr sind als ein paar wikinger die da oder seox indianer die sich da verkleidet haben sondern zwei drittel seiner weder und zwar nach vier jahren und das finde ich deswegen muss man sich mit diesen wählerinnen und wählern befassen und nicht sozusagen mit dem system selber sondern meine frage war ja wie kann man das vertrauen dann unter diesen vorzeichen wieder aufbauen oder müssen wir sogar sagen das misstrauen in die demokratie der vereinigten staaten ist eigentlich gerechtfertigt die reine machen nein ich glaube dass es nur nicht ausreicht zu sagen es geht um versöhnung das ist der überbau ja gar keine frage was soll ein amerikanischer präsident auch anderes sagen ich glaube dass menschen sehen müssen dass ihr alltag sich ändert wenn das nicht passiert und das ist für beiden so unfassbar schwer weil man kann nicht in vier jahren das bewältigen was in weiß ich nicht wie viele jahrzehnten entstanden ist aber ich glaube es geht tatsächlich für viele menschen dort darum wirklich zu sehen dass in ihrem alltag sich etwas ändert denn die spaltung des landes ist doch die zwischen denen die sich nicht mehr wahrgenommen fühlen und den politischen eliten in den großstädten dass das ist doch die studie die zitierte bei gabriel bezog sich auf das transatlantische verhältnis also dass die europäer und europäer deutschen nicht mehr dieses vertrauen haben und die frage ist wenn wir das transatlantische verhältnis reparieren wollen wie kriegt man das vertrauen wieder hergestellt was zu ändern wird in amerika nur funktionieren wenn es sozusagen auch sozial veränderungen was kann man tun bei uns erstmal aufhören zu glauben es ginge um trump oder um sozusagen es ging um eine bestimmte phase amerikanischer politik das problem ist erst mal dass wir europäer verstehen müssen dass die welt sich verändert hat und dass das die amerikaner vor uns bemerkt haben sie haben wir haben noch immer nicht realisiert dass europa nach 600 jahren nicht mehr das gravitationszentrum der welt ist der atlantik auch nicht sondern dass das längst gewechselt ist dorthin wo die mehrzahl der menschen lebt wo der großteil des sozialprodukts erwirtschaftet wird und wo übrigens die mehrzahl der nuklearstaaten inzwischen sind und das ist der indopazifik und amerikaner haben das viel früher gemerkt als wir und nicht erst unter trump sondern es ist obama der den pivot to asia beschrieben hat dass er der gesagt hat amerika sei eine pazifische nation übrigens in wahrheit waren sie immer beides atlantisch und pazifisch und der erste schritt ist zu verstehen dass das nicht irgendwie böse ist oder eine abwendung von europa sondern es ist einer logik der entwicklung der welt folgt dass ein land für die usa natürlich auf die neuen macht achsen der welt schaut und die verlaufen durch den indopazifik und nicht mehr durch den atlantik und das hat folgen für uns das hat folgen für uns dass amerika nicht mehr sozusagen für unsere globalen interessen nicht mehr länger auf amerikanische flugzeugträger projizieren können es hat für uns zur folge dass wir dass die schönen zeiten wo wir vier jahre lang einen hatten im weißen haus der an allem schuld ist dass das auch vorbei ist und dass wir merken werden dass die welt für uns anstrengender wird erst wenn wir das verstanden haben erst dann wird es möglichkeiten geben mit den amerikanern wieder nach interessen überschneidungen zu suchen weil natürlich es nicht um freundschaft geht die amerikaner stehen uns näher kulturell politisch und gesellschaftlich als jedes andere jeder andere teil der welt aber es geht in dem verhältnis zwischen europa und den usa erst mal um die frage welche interessengemeinsamkeiten haben wir dazu muss man verstehen dass die amerikaner einer anderen logik folgen als sie das die letzten jahrzehnte seit 1945 gemacht haben und dass das normal ist wir sogar froh sein müssen wenn die amerikaner im indopazifik für die balance sorgen die wir nicht erstellen können wenn das gelingt dann werden wir mit joe biden wieder jemanden haben der umgekehrt interesse an allianzen hat dass wir jetzt jemanden haben der sich für uns interessiert okay herr schroth wie stellen wir das vertrauen das verloren gegangen vertrauen wenn wir darüber sprechen wie bauen wir das transatlantische verhältnis wieder auf auch das vertrauen zwischen bürgerinnen und bürgern wie kann es unter den vorzeichen wieder aufgebaut werden wenn das misstrauen auch in der amerikanischen demokratie auch dies seit des atlantiks so gelitten hat dann gleich mit dem letzten punkt dann nämlich wie das zwischen den bürgern wieder aufgebaut werden kann ganz wichtig sind institutionen wie das deutsch amerikanische institut in tübingen oder beispielsweise auch natürlich die atlantikbrücke oder amerikahäuser und es im institut und andere transatlantische organisationen die austausch ermöglichen wo leute sich begegnen um einen tisch sich hinzusetzen und und auch parteiübergreifend lagerübergreifend um verständnis für den jeweils anderen zu schaffen das heißt wenn ich mir anschaue wie beispielsweise vom state department in den letzten jahren austauschprogramme transatlantische natur auch finanziell unter druck gekommen sind macht mir das sorge und dieser zivilgesellschaftliche nährboden der ist ja ganz ganz entscheidend und ganz wichtig um dann auch einen politischen überbau zu haben und deswegen deswegen hoffe ich dass jetzt auch in den nächsten jahren hier tatsächlich auch wieder wieder mehr passiert auch von amerikanischer seite und das interesse sozusagen nicht nur hauptsächlich von deutschland aus geht sondern auch von den von den usa und entsprechenden partnerinstitutionen und was das politische verhältnis geht angeht glaube ich würde es jetzt einfach darum gehen an konkreten problemen konkreten themenfeldern die vor uns liegen tatsächlich vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und zu schauen dass wir jetzt nicht nur sozusagen in unseren sonntags reden über zusammenarbeit multilateralismus und co reden sondern die themen tatsächlich anpacken und da gibt es eine ganze reihe von ganz akuten themen die jetzt auf der tagesordnung stehen afghanistan ist wahrscheinlich das drängendste aufgrund der entsprechenden deadline die sich die amerikaner dort gesetzt haben 1. mai das zweite ist auch iran ein thema wo es dann darum schnell gehen wird ob wir transatlantisch schnell gemeinsame positionen finden werden und natürlich wie herr gabriel sagt die die großen übergreifenden themen und da ist natürlich in und pazifik und china an an platz eins und da hoffen wir oder hoffe ich persönlich dass überhaupt erst wieder sozusagen die möglichkeit haben eines austauschs und die möglichkeit haben eine gemeinsame strategie zu entwickeln das war in den letzten jahren nicht unbedingt immer möglich wenn es dann also immer um allein ginge ging das heißt konkret politik machen konkret an den themen arbeiten konkret eine gemeinsame vision entwickeln an diesem thema auch tatsächlich auch tatsächlich arbeiten und ich denke das ist der ist der richtige weg auf politischer ebene um vertrauen wieder zu haben ich habe ihre ihren hinweis darauf dass pivot to asia ja unter obama schon begonnen hat auch so verstanden dass natürlich darüber diskutieren wir seit einigen wochen und monaten das europa sozusagen sich stärker besinnen muss was es selber tun kann wie verlässlich ist als partner geworden ist ich würde gerne zuschauer fragen auch mit einbeziehen michael alber hat uns hier geschrieben wie kann es uns deutschland europa gelingen einerseits wesentlich selbstbewusstsein unabhängiger von den usa zu werden und zugleich die zusammenarbeit wieder zu intensivieren und zu erneuern herr gabriel fällt ihnen da was zu einem ja meine das versucht die bundesregierung ja und europa ja gerade indem sie auf der einen seite sich zu ihren interessen bekennt und nicht so tut als gäbe es die nicht und auf der anderen seite mit den amerikanern in den feldern die zum teil der schrot genannt hat es gibt noch ein paar mehr die low hanging fruits dürften in der energie und klimapolitik liegen zusammenarbeit zu suchen aber es wird einfach felder geben nehmen machina china ist für amerika eine geostrategische herausforderung da sitzt die welt macht mit der sie konkurrieren über die vorherrschaft in der welt und die sehen sie als bedrohung der amerikanischen rolle für uns ist china ein frenemy ein politischer gegner ist eine diktatur und gleichzeitig ökonomischer partner viel komplizierter als die alte somitunion da hatten wir einen zaun da wussten wir wir sind hier da sind die anderen wir sind die guten das sind die bösen und im übrigen fühlten wir uns zu recht technologisch überlegen ganz anders mit china und jetzt sozusagen den versuch zu unternehmen auf der einen seite die berechtigte kritik der amerikaner an china zu unterstützen auf der anderen seite nicht zu tun so zu tun als hätten wir kein interesse dort wir können zum beispiel eine strategie von decoupling wie das jedenfalls bislang die amerikanische administration vorgegeben hat nicht mitmachen das ist für uns ökonomisch undenkbar ich bin auch nicht so sicher ob man ein 1,4 milliarden volk unter hausarrest stellen kann aber mit den amerikanern darüber zu reden wird jetzt wieder gehen hat der schrot schon recht warum weil dieser präsident weiß dass in der welt des 21 jahrhunderts selbst das große amerika bündnispartner braucht beiden ist nicht für die zusammenarbeit mit europa und die erneuerung der transatlantischen allianz aus sentimentalität oder weil er uns besonders lieb hat sondern weil er einen strategischen blick auf die frage hat können wir es eigentlich als amerika alleine und die antwort lautet nein und jetzt muss man versuchen auszuloten wo sozusagen gibt es differenzen north stream die coupling wird mit china nicht gehen und wo gibt es gemeinsamkeit zwischen usa europa neuseeland japan südkorea australien zum beispiel die chinesen dazu zu zwingen einen verhandlungstisch der wto zu kommen ich würde gerne beim thema china bleiben wir können die anderen punkte gerne auch noch mal nacheinander abarbeiten stichwort china es gab kurz vor dem jahres ende hier am 30 dezember noch eine zumindest vorab einigung zwischen der eu und china auf das bekannte investitionsabkommen hat auch kritiker auf den plan gerufen wir kennen die texte noch nicht komplett oder sind auch gerade erst veröffentlicht worden auch dem parlament zugänglich gemacht worden eine kritik war oder eine frage war belastet man damit das verhältnis zur neuen beiden regierung und jemand demonstrativ sozusagen drei wochen vor der amtseinführung der neuen us-regierung diese vereinbarung trifft die aus sicht von von menschenrechtsaktivisten auch aus vielen aus dem europäischen parlament diskussionswürdig ist ich würde es gern verbinden mit einer frage eines zuschauers michael geißler nein entschuldigung gerhard schimpf hat uns geschrieben auf die neugestaltung der deutsch-amerikanischen beziehungen lastet jetzt von anfang an das comprehensive agreement on investment mit china das noch 2020 zwischen frau merkel zwischen der eu und china abgeschlossen wurde ist es eine belastung ihre meinung herr schroth bitte das ist ja schon erstaunlich dass frau merkel der mit der eu gleichgesetzt wird das ist sozusagen eine entwicklung die ich zur kenntnis nehme und aber der präsidentschaft von frau merkel entschuldigung deutschland hatte die ratspräsidentschaft das ist auch schon ein wichtiger hinweis unter der präsidentschaft der bundesrepublik deutschland der ratspräsidentschaft denn ich meine dieses abkommen war ja viele jahre in verhandlung war viele jahre in verhandlungen und eigentlich sollte es ja eine eben china gipfel in leipzig geben im herbst denn aufgrund der pandemie nicht stattfinden konnte und da sollte dieses abkommen ja auch entsprechend schon diese grundsatzeinigung im erfolgen das ist nicht passiert der gipfel aufgrund der pandemie aber es war völlig klar dass deutschland interesse daran hat während seiner ratspräsidentschaft dieses thema eben abzuschließen nach einer jahrelangen verhandlung im übrigen sind ja viele elemente dessen was da und einige elemente dessen was dort entsprechend vereinbart worden ist marktzugang kein erzwungener technologietransfer auch etwas das im phase one agreement zwischen der trump administration und der chinesischen administration von chi jinping ja auch enthalten worden ist und ich glaube dass jetzt mal unabhängig von den wirtschaftlichen fragen die usa vielleicht auch geopolitisch ein post diesen abkommen etwas positives abgewinnen könnten nicht dahingehend dass ja neben den wirtschaftlichen erwägungen dieses abkommen zeigt dass das wir es geschafft haben china in sozusagen eine regelbasierte handelsordnung zumindest ein kleines stück zu bewegen dass wir mit china und seiner hand verhandlungstisch gesetzt haben und gesagt haben wir müssen uns auch bestimmte regeln einigen und sozusagen die stärke des rechts hier gelten lassen und nicht nur die dass das recht des stärkeren und das ist eigentlich etwas an das auch die vereinigten staaten entsprechend ein interesse haben sollte ich glaube dass man da nicht zu viel reinlesen sollte an dieser zeitlichen koinzidenz dass also wenige wochen vor der amtseinführung dieses abkommen abgeschlossen worden ist und ich meine bin wenn jetzt ich meine jetzt die europäische union oder auch die bundesrepublik deutschland sagen würde wir schließen jetzt dieses abkommen nicht ab weil es jetzt in zweieinhalb wochen eine neue us-administration gibt dann würde das ja sozusagen auch sofort wieder die kritik begründen dass die europäische union nicht in der lage ist als eigenständiger akteur zu agieren als eigenständiger akteur auch auf augenhöhe mit internationalen partnern zu agieren und deswegen denke ich ist es richtig dass diese voreinigung ab einigung passiert ist es gibt gute gründe warum deutschland die handelspolitik abgegeben hat zur europäischen kommission damit wir als gemeinsamer block der eu 27 auf augenhöhe mit den großen verhandeln können und ich würde jetzt da nicht zu viel reinlesen dass das jetzt sozusagen noch ein böses abschiedsgeschenk gegenüber donald trump war oder sozusagen ein ein böses willkommens geschenk für 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 joe biden gut das parlament europäische parlament muss dem bekanntlich noch zustimmen das wird alles noch relativ lange zeit dauern und noch schwierige verhandlungen geben noch eine menge diskussionsbedarf sehen die abgeordneten dort auch der gabel sie haben gerade gesagt joe biden will nicht aus sentimentalität oder aus romantischen beweggründen das transatlantische verhältnis wiederbeleben sondern weil er einfach strategische gründe dafür sieht gleichzeitig hat er auch von anfang an die beiden kampagnen klar gemacht wir wollen hier eine allianz der demokratien und zwar gegen gegen autoritäre kräfte die wir sehen ich glaube zu den autoritären regimen kann man china zählen man kann wenn man sozusagen die die entwicklung der vergangenen tage in russland sieht möglicherweise auch die derzeitige russische führung dazunehmen wie wichtig ist es das europa dass auch deutschland an der stelle jetzt mit der neuen amerikanischen regierung zusammenarbeitet auch eben um die demokratien weltweit zu stärken ja also das ist ein wunderbarer satz und den wird jeder unterscheiden wird sofort sagen na klar machen wir immer die frage ist doch nur was heißt das konkret genau bedeutet dass wir steigen ein in eine sanktionspolitik der länder die unseren demokratischen maßstäben nicht standhalten würde ich sagen nein das wird übrigens auch beiden nicht machen er wird auch sozusagen das was trump überdehnt hat die sozusagen das mittel der wahl bei trump war ja gegen alles und jeden sanktionen einzusetzen glaube nicht dass die europäische union das mitmachen wird warum nicht weil in wahrheit natürlich interessen existieren die zum teil unterschiedlich sind bei menschenrechten sind die interessen identisch aber bei der frage sozusagen ökonomischer interessen sind sie unterschiedlich übrigens da hat dann die usa auch überhaupt kein problem wenn sie kein öl mehr aus venezuela beziehen will sich das in russland zu bestellen und zwar ungefähr in dem finanzvolumen in dem nordstream 2 gas kaufen wird warum wofür ich plädiere ist etwas was in der öffentlichkeit schwer zu erklären ist weil alle sofort fragen der verrät ja unsere werte aber sich erst mal darauf zu verständigen wir reden über interessen und hoffen dass wir mit denen denen wir gesellschaftlich politisch kulturell viel näher zusammen sind als mit anderen gemeinsam sozusagen die welt jedenfalls mal in der balance halten können das wäre schon mal eine ganze menge der versuch sozusagen über sanktionen andere länder dazu zu bewegen so zu werden wie wir es sind ich glaube der ist hinreichend gescheitert der versuch dass über militärinterventionen zu machen hat im irak dazu geführt dass wir den is dass der sozusagen die das gemacht haben den is produziert haben also wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben als auf dem weg von wie nennt man das antagonistischer kooperation immer wieder die linie neu zu bestehen bestimmen wie weit wir zusammen etwas tun können und was uns von anderen systemen und autokratien trennen da wird es keine lösung geben die da lautet schwarz oder weiß ja oder nein das ist sozusagen ein bisschen geschuldet der der lage in der welt bei der wir nicht gerade den eindruck haben dass die demokratien auf dem vormarsch sind also auf gar keinen fall schwarz oder weiß ich glaube um hier die grau schattierungen auch deutlich zu machen haben wir auch diese veranstaltung heute ich habe allerdings bei ihnen jetzt sehr stark ausgehörter gabriel ein ehrlich gesagt ein eher ein plädoyer allgemein gegen sanktionen das verwundert mich jetzt insofern wir können aber den fall nordstrom 2 und die sanktion der usa sprechen zum beispiel was jetzt die la russ angeht was moskau angeht natürlich hat die europäische union dort zumindest gezielte sanktionen gegen personen zum beispiel verhängt also ist das was sie sagen jetzt ein plädoyer gegen sanktionen allgemein wie das leben so ist es ist auch kein es gibt keine generelle antwort natürlich gibt es sanktionen aber wenn sie jetzt sozusagen generell sagen würden zu jedem vorliegenden menschenrechtsverstoß ist sozusagen sanktionen das mittel der wahl nehmen wir mal nawalny wir canceln jetzt nordstrom wegen nawalny warum haben wir dann eigentlich ölimporte aus saudi arabie nicht gestoppt als dort der mordauftrag gegen khashoggi los ging warum lassen wir deutsche automobilunternehmen ihr geld in china verdienen obwohl wir wissen was dort mit den uiguren passiert ich glaube dass sie das instrument der sanktionen sehr gezielt einsetzen müssen wenn ihnen kein anderes mittel mehr bleibt aber ich glaube nicht dass das das europa und deutschland es sozusagen in sich tragen statt dem versuch multilateral die welt in der balance zu halten jetzt sozusagen losmarschieren und sanktionen zu dem generellen mittel der weltpolitik machen können das wird nicht mal die beiden tun herr schroth also ich teile das allermeiste was herr gabrie gesagt hat ich würde noch einen aspekt hinzufügen wollen ich glaube worüber es sich lohnen würde im transdarmischen bündnis mal zu sprechen beim thema sanktionen ist die frage der sekundär sanktionen das ist ja etwas wo es ganz erhebliche unterschiede gibt zwischen europa und amerika noch mal vielleicht für alle beteiligten die jetzt sozusagen da nicht ins letzte detail vom völkerrecht drin sind ja auch nicht im übrigen sekundär sanktionen ist wenn die usa beispielsweise verhängt jede firma die im iran geschäfte macht wird sozusagen darf auch in den usa keine geschäfte mehr machen also wenn eine firma x in den usa stark involviert ist und sich dann irgendwie überlegt im land y zu investieren dann führt das natürlich sofort zu einer abwägung die da heißt amerika ist der wichtigere markt und deswegen werden wir da nichts tun das ist sozusagen sozusagen ein arm drücken des wirtschaftlich stärkeren und das ist etwas das wir deswegen glaube ich als europäer aus guten gründen ablehnen und ich würde ich würde es gut finden wenn wenn wir darüber in einen austausch treten mit der beiden administration und überhaupt auch parlamentarischer ebene und so weiter und da vielleicht mal so einen gemeinsamen kodex zu entwickeln wo wir uns über die sinnhaftigkeit von sekundär sanktionen gedanken machen können bleiben aber kurz beim interessanten fall nordstream 2 dann das wird uns ja vielleicht auch noch in den nächsten wochen jetzt beschäftigen die bundesregierung steht nach wie vor zu diesem projekt hergabe ich glaube man man kann sich erinnern dass sie in ihrer früheren position als wirtschaftsminister als außenminister das projekt auch immer verteidigt wenn ich sogar auch mit befördert haben wir haben jetzt die extra extraterritorialen sanktionen der vereinigten staaten das wird hier in europa ich berichte aus brüssel um das vielleicht mal die perspektive hier einzubringen auch abgelehnt wo man sagt also dass diese art der einmischung lehnen wir ab gleichzeitig hat das europäische parlament vergangene woche zum wiederholten male eine resolution verabschiedet in der es den stopp von nordstream 2 gefordert hat wie sinnvoll oder nicht das jetzt noch ist das größtenteil fertige projekt zu stoppen sei mal dahingestellt aber es gibt ja diese politische diskussion auch in europa es gibt auch hier länder die sagen gott sei dank haben wir die amerikaner mit ihren sanktionen denn wir haben ja hier keine handhabe dagegen mich würde mal interessieren wenn jetzt die beiden regierung dabei bleibt und es ist ja nicht nur die regierung sondern das ist der us kongress der soweit ich das weiß überparteilich sozusagen diese sanktionen verabschiedet hat überparteilich dieses projekt ablehnt auch nicht erst aus den trump jahren sondern schon viel länger wie sollte die bundesregierung zu sagen oder wie groß ist das konfliktpotenzial was jetzt vorhanden ist wenn die usa weiterhin sagen wir sanktionieren das bundesregierung sagt kommt überhaupt nicht in die tüte wir machen das hier weiter herr gabi vielleicht noch mal das potenzial ist natürlich ganz erheblich sie haben völlig recht es gibt eine absolute gemeinsame überzeugung von demokraten und republikanern dass man dieses projekt stoppen muss ja da spielen auch ökonomische interessen der vereinigten staaten rolle aber es ist von anfang an auch ein projekt gewesen wo die amerikaner gesagt haben es kann doch nicht sein dass wir hier viel geld für rüstung auch mit blick auf russland ausgeben auf die gefahren die von dort ausgehen sie ukraine und dann finanzieren die europäer die russen dadurch dass sie ihr gas abnehmen das ist sozusagen ein bisschen zusammengefasst die debatte warum muss ich aus meiner sicht jedenfalls deutschland und die europäische union trotzdem dagegen wehren ein argument hat er schroth eben schon gebracht wir halten insgesamt in europa exterritoriale sanktionen also ich beschließe dass ein anderes land etwas nicht tun darf oder unternehmen in diesem land das nicht tun darf halten wir für völkerrechtswidrig und zweitens worum geht es eigentlich im kern man kann zu nordsteam alle möglichen argumente austauschen aber wir haben in der europäischen union vor ein paar jahren eine grundsatz entscheidung getroffen die hieß liberalisierung des energiemarktes und das hieß dass wir gesagt haben wir bauen sozusagen die europäische union macht eine recht eine rechtlichen rahmen und innerhalb dieses rechtlichen rahmen entscheiden die unternehmen die marktteilnehmer von wem sie ihre energie ressourcen bestellen und zu welchen konditionen das ist nicht mehr unsere sache wir kommen aus einer politisierten phase der energiepolitik in europa gesagt wir liberalisieren den energiemarkt und innerhalb der spielregeln sollen die unternehmen machen was sie wollen und jetzt ist die frage wollen wir das aufgeben denn darum geht es darum geht es denn die russen halten sich an diese spielregeln spielregeln sind übrigens noch mal verschärft worden in der gastrichtlinie der europäischen union und wollen wir jetzt sagen weil die amerikaner anderer meinung sind wollen wir in einem speziellen fall die liberalisierung des energiemarkts zurückdrehen weil das politisch opportun ist ich würde sagen nein muss noch mal dazu sagen dass es auch eine neue das ist der grundsatz streit den wir ausführen über die frage hat europa die souveränität zu entscheiden wie ihr energiemarkt aussieht oder können das andere und ich würde sagen nein das europäische kommission und auch der mehrheit im parlament widerspricht das projekt und das noch mal einfach der vollständigkeit habe zu sagen den geostrategischen interessen der eu nicht zuletzt was die energievielfalt angeht deswegen hat die kommission darauf gedrungen dass es die neue gasrichtlinie gibt das ändert doch nichts daran dass das recht in europa eine bestimmte möglichkeit geschaffen hat da können ja im parlament jetzt leute sagen uns gefällt das nicht dann müssen sie das recht ändern dann müssen sie sagen wir verändern die europäische gesetzgebung noch einmal mit dem ziel des politischen ausschlusses eines bestimmten energieprojektes das sind ist ein verhalten dass wir eigentlich autoritären regimen vorwerfen dass sie sich sozusagen je nach politischer opportunität ihre rechtslage anpassen das muss man kurz da wollte ich noch mal noch mal weiter fortführen herr gabriel wenn ich darf es gibt die neue rechtslage ist diese neue gasrichtlinie damit hat sich die eu-kommission durchgesetzt deutschland hat am ende sozusagen dann auch zugestimmt das parlament hat sich damit durchgesetzt zu sagen bevor die bundesnetzagentur das grüne licht gibt muss es eine bindende meinung der kommission einholen also das ist die rechtslage das heißt dieses neue projekt gas nordstream 2 wird dem auch unterworfen werden müssen das wird an bundling bedeuten trennung von produktion und durchleitung das wird bedeuten dass es für andere anbieter geöffnet werden muss nur noch mal klar zu machen was die rechtslage jetzt hier im augenblick ist wenn wir über das transatlantische verhältnis ja sprechen herr schroth vielleicht noch mal die frage ist das ein beispiel wo jetzt konflikte drohen ausgehalten werden müssen wie schätzen sie das ein wenn man sich noch mal vor augen führt dass da quasi der us kongress dahinter steht und es nicht nur um die trump regierung ging ja das sind konflikte die ausgetragen werden müssen das transatlantische bündnis ist ja sozusagen keine keine einheit soße wo wir uns dann bei jedem themenfeld und geben das hier am ende des tages einig sein müssen sondern transatlantische beziehungen sind ja auch deswegen so stark weil sie belastbar sind wenn wir mal themen haben wo wir wo wir unterschiedliche auffassungen haben ja gab es vorhin schon gesagt wenn man sich mal anschaut für welche summen die usa russisches rohöl importieren aufgrund der venezuela und auch iran sanktionen sind das ganz interessante zahlen im letzten jahr im übrigen ist die versorgung hier von europa mit russischem gas von 33 auf 30 prozent gefallen und zwar zugunsten von lng aus den vereinigten staaten würde so ein bisschen um verständnis bitten dass ich mich jetzt in der sache nordstream zwei hier nicht nicht positioniere aber aber ich meine ganz klar ist dass dieses thema auch auch mit der neuen amerikanischen administration natürlich auf der auf der agenda bleiben wird und denke auch dass er schnell auf poppen wird denn wenn ich das richtig sehe hat er das verlegeschef jetzt wieder seine arbeit aufgenommen bei den restlichen 100 150 kilometern was es noch noch sinn bis bis also sozusagen vollständig die pipeline gelegt worden ist deswegen gehe ich davon aus dass diese unterhaltungen bald aufgenommen werden aber das hat jetzt nicht das potenzial das transatlantische bündnis glaube ich zu nicht zu beschädigen aber sozusagen irreparabel zu beschädigen ich würde hier gerne mal einen kurzen semikodern setzen also ich mir war es wichtig dass wir auch das thema nordstream zwei hier auch noch mal diskutieren auch mit unterschiedlichen perspektiven diskutieren über einen punkt haben wir noch nicht angesprochen ergabe sie haben das ja auch angedeutet von wegen wir können uns nicht was nämlich die formulierung war jetzt nur noch auf die flugzeugträger der usa verlassen das geht auch in die richtung europa strategische autonomie um noch mal das große wort zu verwenden und die frage was tun wir verteidigungspolitisch jetzt die frage nach zwei prozent nukleare teilhabe et cetera punkte die den usa wichtig waren und sind ich würde es gerne verbinden noch mal mit einer frage eines zuschauers der hier schreibt wie schätzen sie es ein welches verhältnis wird die neue us-regierung künftig gegenüber russland den themen krim erhöhte stationierung von nato-soldaten in polen und anderen osteuropäischen staaten einnehmen also wenn die frage nicht gerichtet ist ich glaube dass die neue administration letztlich sich orientiert an dem was seit anfang der 60er jahre nato strategie ist nämlich auf der einen seite verteidigungsfähig zu sein auf der anderen seite dialog und verhandlungsbereit ich meine das erste am ersten amtstag des amerikanischen präsidenten beiden hat er eine verlängerung des new start vertrages gemacht also der begrenzung der ballistischen langstrecken raketen mit nuklearen sprengköpfen das ist etwas gewesen was jump hätte auslaufen lassen also ein stärkeres signal als ich will mit euch russen wieder darüber reden wie wir nukleare gefahren wendigen kann man ja gar nicht machen ich glaube im übrigen dass russland in einer außerordentlichen phase der mindestens mal ökonomischen schwäche ist ich glaube auch politisch und es wäre ganz interessant dass die europäer und die deutschen mit den russen über die frage mit den amerikanern über die frage reden wie kann man dieses verhältnis eigentlich ausbalancieren zwischen verteidigungsfähigkeit und klarheit in der sicherheitspolitischen frage und gleichzeitig angebot an verhandlungen und zur entspannungspolitik ich glaube dass mit beiden sowas viel besser funktionieren kann als mit 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 donald trump insgesamt glaube ich dass wir allerdings aufhören müssen zum beispiel die debatte über das nato zwei prozent ziel immer an den amerikanern festzumachen ich meine es sind die franzosen die uns sagen leute jetzt muss mal schluss sein dass wir in mali immer kämpfen und ihr fotografiert nur dass doch die arbeitsteilung nicht nur nicht nur amerikanische flugzeugträger sondern auch europäische soldaten mit ausnahme deutschlands kämpfen da und das ist glaube ich etwas was unserem land noch bevorsteht eine debatte über die frage was eigentlich die rolle was hat sich geändert in der welt was ist die rolle europas und was heißt das für deutschland ich mache es mal einem beispiel deutlich stellen sich vor es gibt in libyen eine regierung der nationalen einheit dann wird es wahrscheinlich so sein dass eine solche regierung uns irgendwann sagt ja wir wollen die illegalen menschenhandel übers mittelmeer auch beenden dafür müssen wir aber die detention center auflösen das ist das was deutsche botschafter konzentrationslager nennen da werden leute gefoltert vergewaltigt oder halt verkauft nach europa und dann werden die libier sein das können wir aber nicht alleine die sind bewaffnet bewaffnet milizen da wenn die amerikaner sagen jungs das nicht mehr unser business die franzosen werden sagen ja okay aber nicht alleine was sagen wir deutschen das glaube ich wird eine debatte sein die auf uns zukommt wir hatten bislang immer die unfassbar bequeme möglichkeit uns immer dafür zu entscheiden kein risiko zu übernehmen weil wir einen hatten der jedes risiko mitgenommen hat wir möchten ja am liebsten so sein wie die schweiz wirtschaftlich erfolgreich und politisch neutral und wir werden mit einer relativ harten konfrontiert konfrontiert werden dass das vielleicht für ein acht millionen volk am rande europas geht aber nicht für 182 millionen volk in der mitte europa und das wird uns ziemlich herausfordern nichts mit amerika zu tun das hat was mit der frage zu tun wollen wir europäer eigentlich zuschauer sein vor allem in unserer unmittelbaren nachbarschaft oder wollen wir selber uns sozusagen einschalten beteiligen und deswegen finde ich den vorschlag von macron einen europäischen sicherheitsrat zu gründen zum beispiel richtig und der einfluss der briten herr schroth welche diskussion steht deutschland da bevor herr gabriel sagt zu recht das kann man nicht an amerikanern festmachen dennoch wird es ja immer genau so eigentlich diskutiert ja die amerikaner verlangen von uns dieses oder jenes welche diskussion muss deutschland jetzt führen ja die diskussion der transnationalen lastenteilung die ist ja ich sag mal so alt wie die nato selbst auf die gefahr hin dass ich jetzt ärger mit herr gabriel bekomme wenn ich historische analogien wieder herstelle aber bereits bereits kennedy hat ja gefordert dass deutschland bitte mehr machen möge im nato verteidigungsbündnis und das hat sich eigentlich durchgezogen durch durch alle administrationen ich glaube es wird ab und zu mal vergessen dass das ist unter der präsidentschaft von obama war dass die nato bei ihrem gipfel von wales sich entsprechend jetzt unabhängig was man von diesem zwei prozent ziel hält gesagt wir müssen mehr tun wir müssen mehr investieren wir brauchen eine neue transnationalen lastenteilung und ich glaube dass die debatte uns in der tat noch bevorsteht was es heißt wenn wir in unserer eigenen nachbarschaft auch verantwortung übernehmen ich glaube man muss oder man sollte auch hinzu sagen dass in den letzten jahren aber schon einiges so ein bisschen bisschen passiert ist wenn wir uns beispielsweise den ukraine konflikt trotz aller seiner dramatik anschauen dann ist es ja schon beachtlich dass deutschland und frankreich dort de facto den lied haben und und gemeinsam mit der ukraine und russland versuchen für frieden in der ostukraine und im don was zumindest ansatzweise zu sorgen das gleiche ist noch mal das lieben beispiel aufzunehmen mit der mit der berliner lieben konferenz wo also nicht nur deutschland sondern eine art coalition of the willing sich zusammengefunden hat um zu gucken wie kann man das engagement nennen wir es mal engagement von externen akteuren in libien weiter runterfahren all das sage ich mal oder beispielsweise auch die europäische friedensfazilität die jetzt noch unter deutscher ratspräsidentschaft beschlossen worden ist europäische verteidigungsfonds und so weiter und so fort oder die ständige strukturierte zusammenarbeit über gemeinsame verteidigungsprojekte und europäischen verbund und so weiter und so fort also ich glaube es ist ganz schön viel passiert seit seit dieser berühmten müdechner sicherheitskonferenz wurden also im verbund diverse spitzenpolitiker entsprechend gefordert haben deutschland müssen der verantwortung über übernehmen oder angekündigt haben aber in der tat ist diese diskussion noch lange nicht am ende denn wenn es hart auf hart kommt und natürlich auch dann militärische oder harte sicherheitspolitische komponenten beinhaltet sind wir gerade in deutschland noch nicht so weit um dort auch diesen schritt zu gehen dafür gibt sich auch gute grunde für unsere restriktive politik das ist auch richtig aber man kann ja man kann ja sozusagen nicht die die augen verschließen verschließen vor der notwendigkeit wenn amerika sagt wir werden uns diesen themen nicht mehr in der intensität widmen wie wir es früher gemacht haben oder ein anderes beispiel wenn ich das noch sagen davor klein ein letzter satz wenn sich beispielsweise die streitigkeiten angucken zwischen der türkei und griechenland östlichen mittelmeer das ist so ein klassischer konflikt der vormaligen zeiten wahrscheinlich die usa auf den plan gerufen hätte und die usa versucht hätten dort sozusagen in leadership role eine mediation hinzubekommen und und diese rolle ist jetzt den europäern zu gefallen und gut sie es ausüben darüber kann man streiten aber ich glaube dass so die realisierung dass man mehr verantwortung übernimmt auch seiner nachbarschaft langsam aber sicher einsetzt ich hoffe nur dass dieser diese diskussion aber auch mit der bevölkerung geführt wird denn politische eliten sind das eine aber aber es braucht ja auch entsprechend eine eine bevölkerung um es nochmal zurückzuspielen an 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 gabriel vielleicht stichwort diskussion in deutschland auf europäischer ebene das hat herr schroth gerade beschrieben ist ja einiges angelaufen es hat ein umdenken stattgefunden das hat natürlich auch mit der trump war zu tun gehabt damals auch mit dem brexit referendum dass die europäische verteidigungspolitik in die gänge gekommen ist sage ich mal so sehr sie vielleicht auch in den anfangsstunden noch stecken geblieben ist aber mal auf deutschland schauen jetzt wenn sie das auch betonen herr gabriel mehr verantwortung übernehmen uns werden noch diskussion des erwachsenwerdens möglicherweise eben auch bevorstehen was genau heißt denn das also muss jetzt auch zum beispiel deutschland steht vom vom wahlkampf jetzt in diesem jahr zwei prozent ziel muss das der bevölkerung klar gemacht werden wir müssen uns darauf hin bewegen und das ist nicht irgendein idiotisches ziel dass die amerikaner uns aufgedrückt haben sondern wir als bundesrepublik haben das mit unterschrieben so sehr man über das kriterium als einziges natürlich diskutieren kann es gibt eine reihe von anderen kriterien natürlich also sozusagen fähigkeiten und die bereitschaft sicher einzubringen das sind weitere aber ist das so zum beispiel auch ein punkt wo sie jetzt sagen würden ja gabriel das muss die bevölkerung das müssen die deutschen einfach jetzt auch schlucken da muss es vorangehen was heißt was heißt denn eigentlich schlucken ich glaube dass man das ist die aufgabe der politik ist darüber mit der bevölkerung zu reden erstmal untereinander dafür das nennt man den ort dafür nennt man parlament schlucken heißt entschuldigung akzeptieren dass wir das mit unterschrieben haben dieses ziel dass wir das akzeptiert haben das entscheiden menschen bei der wahl da entscheiden sie ob sie etwas akzeptieren oder nicht und die werden menschen gewichten dann übrigens auch die frage gibt es etwas was ich eigentlich nicht so gut finde und eigentlich müsste ich deshalb eine bestimmte partei wählen die was anderes macht oder gibt es andere überwiegende interessen die mir viel wichtiger sind deshalb entscheide ich mich so dass etwas das entzieht sich unserer vorhersage kraft wichtig ist jedenfalls dass deutschland etwas noch nicht hat was es bekommen muss dass eine kultur einer strategischen diskussion über europas rolle in der welt und was das für deutschland heißt das ist auch gar nicht verwunderlich dass es die nicht gibt weil natürlich europa überhaupt nie dafür gemacht wurde eine globale rolle zu übernehmen das gegenteil war der fall wir sind dazu gegründet worden uns rauszuhalten wenn man ein bisschen die franzosen ein bisschen die briten gab für den sicherheitsrat aber eigentlich die usa und übrigens die aufforderung deutschland solle mehr verteidigung ausgeben das ist in amerika so eine sache gewesen gab auch leute die sagen natürlich wollen wir die führerschaft behalten wer weiß was die brüder in europa machen wenn sie die militärischen fähigkeiten alleine haben das hat sich ja sehr gewandelt aber ich glaube schon dass es natürlich folgen hat dass wir vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt weil wir mal in der geopolitik so trunksüchtig waren und sozusagen alkoholiker der machtpolitik waren deshalb haben wir als einzigen ausweg die abstinenz gesehen und jetzt müssen wir wieder beginnen und sozusagen zu einem rationalen umgang auch mit militärischen macht projektionen zu bewegen das ist schwierig das erfordert politische führung ob das gelingt ist offen weil es natürlich leichter ist zu sagen ich möchte mich raushalten und es ist leicht zu sagen ja guck dir die amerikaner an die haben ja immer diesen komischen kriege da gemacht in lateinamerika im irak und sonst irgendwo und dann aber auszublenden dass dort wo amerika diese berüchtigte rolle als weltpolizist nicht mehr einnimmt die lebenserfahrung ist dass nicht etwa die von ein schroth zu recht genannten europäischen schritte folgen sondern da kommen die gangster auf die straße das ist das was sie erleben wo der polizist weg geht kommen die gangster und wir als europäer sind noch zuschauer und die frage an uns deutsche ist wollen wir das bleiben oder wollen wir im europäischen konzert überlegen welche möglichkeiten der politik haben wir und die beginnt nicht beim militär warum gibt es keine transatlantische alternative zur chinesischen seidenstraße warum bieten europa und den und die usa nicht gemeinsam an an die zentralasiatischen staaten an die afrikanischen staaten in den wettbewerb zu treten mit der chinesischen one belt one road initiative was tun wir dafür technologisch in europa aufzuholen denn bei aller freundschaft zu europa wir sind in dem neuen technologischen kalten krieg zwischen den usa und china ehrlich gesagt kümmert sich keiner um uns weil wir nichts einzubringen haben wir sind wir sind nicht nur in unserer nachbarschaft militärisch nicht ernst zu nehmen in dem derzeitig herrschenden konflikt zwischen china und den usa nimmt uns übrigens auch keiner ernst also an gewicht zu legen politisch technologisch ökonomisch und auch militärisch das ist die schwierige aufgabe von der europa steht und da kommt es natürlich nicht nur aber ganz besonders auf deutschland an ja ich habe dem nicht so viel zuzufügen frau klein denn denn in der tat europa muss sich entscheiden und deutschland muss sich entscheiden ob wir ob wir sozusagen der fünfte rad am wagen sein wollen oder ob wir ein eigenständiger akteur sein wollen wir reden ja oft davon dass wir kein interesse daran haben dass die internationale ordnung wieder in ein bipolares system fällt sprich usa und china und um das zu vermeiden gibt es gibt es eine ganze reihe von punkten die gemacht werden müssen aber einer der punkte die gemacht werden müssen ist dass europa ein eigenständiger starker akteur wird der natürlich mit den transatlantischen verbünden wo immer möglich nach gemeinsamkeiten sucht auch gegenüber china aber aber in keiner art und weise nur als anhängsel fungiert mehr oder weniger als spielball dann zwischen großmächten das ist ganz ganz wichtig und eine der großen großen herausforderungen die wir jetzt jetzt haben ich sag mal die neue us-administration scheint ja so den ansatz zu verfolgen wir wie china unter dem leitmotiv der kriereid coexistenz also sprich der klarsichtigen existierte coexistenz das da heißt der aufstieg von china kann nicht vermieden werden und er kann auch nicht bekämpft werden aber er muss gemanagt werden und wir müssen uns areale suchen wo wir zusammenarbeiten können mit china aber auch areale suchen können wo es starken wettbewerb mit china gibt und ich glaube in diesem amerikanischen bestreben einer rejustierung der der strategie via wie china wird werden diese elemente von kooperationen und von wettbewerb auch zwischen europa und und amerika im gelten es gibt geben wie technologie und handel wo wir mit den usa erhebliche differenzen haben werden und wahrscheinlich keine gemeinsame transatlantische strategische agenda via wie china fahren und umso wichtiger ist dass wir als europäer unsere sieben sachen zusammenbekommen und als einheitliche akteur fungieren ich weiß dass es immer so phrasen sind europa einheitliche akteur und das ist auch schon seit jahrzehnten in der diskussion ist aber nicht wirklich ja genau es gibt ja konkrete maßnahmen gab es einige benannt mit dem europäischen sicherheitsrat eine andere die sicher auch schon herr gab es während ihrer zeit als außenminister natürlich auch schon diskutiert wurde ist dass die dass die qualifizierte mehrheitsentscheidung im rat für aus der auswärtige beziehung im rfab also spricht den außenministerrat der eu eingeführt wird und nicht mehr nur das konsensprinzip damit nicht mehr ein mitgliedsstaat wie zypern über wochen entgegen der anderen 26 mitgliedsstaaten sanktionen gegen gegen belarus beispielsweise verhindern kann wo man natürlich über uns lacht europäer also es gibt maßnahmen die man treffen kann wenn der politische wille da ist und und er muss da sein wenn wir ein relevanter und und ernst genommen akteur in der welt bleiben wollen oder werden wollen ja genau stichwort gemeinsame außenpolitik einstimmigkeitsprinzip mehrheitsprinzip eine große frage ist der politische wille dazu da davon weg zu gehen ist man auch nicht erkennbar ist auch nicht die einzige frage ich würde gerne mal zwei zwei zuschauermeldungen hier mit einbringen johannes leuschke hat uns geschrieben sollte die frage bei der militärischen lastenteilung nicht weniger sein warum wir mehr tun müssen klammer auf auf druck der usa sondern eher warum wir mehr tun sollten ich glaube das haben wir schon ein bisschen eingegrenzt jetzt auch in der diskussion rudolf kast hat uns die frage geschrieben an herrn gabriel was wird aus der grand old party den republikanern werden sie sich von trump lösen mit der folge dass trump seine eigene partei aufmacht und ist eine zweidrittelmehrheit für das impeachment möglich weil die republikaner dies als chance nutzen die ära trump zu beenden damit schlagen wir nochmal den bogen zurück jetzt in die usa das zweite impeachment verfahren ist auf dem weg der senat muss darüber abstimmen dort sind es zwei dritte mehrheit notwendig wäre notwendig um quasi nicht frank des amts zu entheben das hat er nicht mehr aber um quasi auch klar zu machen dass er keine künftigen ämter mehr bekommen kann gabriel wie sehen sie das zukunft der republikaner vielleicht noch mal der bogen zurück ja erstmal glaube ich nicht dass es eine mehrheit gibt im senat sie bräuchten 17 stimmen ich kann nicht erkennen dass die zusammenkommen ich kann verstehen warum dass die demokraten versuchen man kann als außenstehender auch die frage stellen ob man damit die märtyrerschaft donald trump's nicht erst richtig produziert aber ich glaube am ende wird es ohnehin keine mehrheit geben im senat was wird aus der grand old party das ist die eine milliarde dollar frage das glaube ich weiß die grand old party die republikaner selbst noch nicht das liegt einfach daran dass natürlich viele da sind die jetzt über trump in mandate gekommen sind noch mal selbst nach dem sturm auf capitol hill haben 100 republikanische abgeordnete versucht die wahl für gefälscht zu erklären es gibt eine beeindruckende wähler koalition die donald trump geschaffen hat von ganz unterschiedlichen quellen übrigens und es gibt teile der republikanischen partei die sagt die müssen wir erhalten damit werden wir automatisch beim nächsten mal gewinnen weil es abnutzungserscheinungen bei den demokraten und joe biden geben wird es gibt eine gegenteilige auffassung auch die sagen erstens werden wir diese form von radikalisierung nicht beibehalten können zweitens tut sie dem land nicht gut und drittens eine viel erfolgsversprechendere strategie ist dass die republikaner sich für neue wählerschaften öffnen denn das dauert nicht mehr allzu lange dann werden die europäischen oder die amerikaner mit europäischen wurzeln die minderheit sein in amerika und es ist ja nicht so dass lateinamerikanische einwanderer per se erst mal progressiv sind ganz im gegenteil also gibt es leute bei den demokraten die sagen entschuldigung bei den republikanern die sagen lass uns mal lieber dahin gucken wo wir neue mehrheiten bekommen meine vermutung ist bis zu den midterm elections wird das eine umstrickende frage bleiben donald trump hat das interesse weiter sozusagen über einen teil der republikanischen partei im wahrsten sinne des wortes die gewalt zu haben ich glaube im wesentlichen aus ökonomischen gründen es ermöglicht ihm parteispenden zu mobilisieren die er glaube ich ziemlich braucht der zeit ich habe zweifel daran dass es zu einer parteispaltung kommt warum weil das mehrheitswahlsystem eigentlich dagegen spricht dass das funktioniert nicht so richtig gut in einem solchen parteien system aber ich glaube jedenfalls eins wird nicht gelingen sie werden das land miteinander nicht versöhnen ohne die republikaner das ist das problem für beiden beiden hat ja auch keine ganz bequeme rolle er möchte gerne auch weil er erfahren ist im senat zusammenarbeit mit den republikanern ermöglichen hat aber einen linken flügel in der demokratischen partei die das bereits vorher als hochverrat bezeichnet das heißt er ist auch in einer sandwich situation seine spielräume sind auch nicht überbordend groß und man kann nur von glück reden dass er eben so ein erfahrener politiker ist der übrigens außenpolitisch vermutlich der erfahrenste präsident seit langem in den usa und innenpolitisch jemand der doch über viel persönliche kontakte auch in die republikanische partei hinein verfügt das ist ein bisschen meine hoffnung dass das gelingen wird noch mal eine schrottfläche frage klar joe beiden als jemand der viel zeit im amerikanischen kongress verbracht hat dem es dem man zutraut auch eher die verbindung herzustellen eben auch über den berüchtigten graben hinweg politik zu machen damit vielleicht mal verbundene frage die wir noch nicht besprochen haben heute ist der trumpismus mit trump geschichte gabriel hat am anfang darauf hingewiesen auf die strukturellen probleme vor denen amerika steht und uns vielleicht vormacht sozusagen auf extrem getrieben probleme vor denen wir im grunde alle stehen von trump hört man nicht mehr so sehr viel warum weil twitter ist abgeschaltet facebook abgeschaltet wir sind ja doch irgendwie in einer etwas anderen welt und zeit also wenn dieser faktor dieser besonderen persönlichkeit ich möchte mich jetzt zurückhaltend beschreibungen wegfällt der eben nicht in der lage sein wird sozusagen seine anhänger auf die art und weise aufzuheizen muss man zu sagen wie stark wird diese form des populismus glauben sie herr schroth weiter existieren in den vereinigten staaten und möglicherweise auch zu einem problem für die demokratie werden ist ja ich sag mal in gleicher rolle brandbeschleuniger und und auswuchs des populismus in den vereinigten staaten und auswuchs ist und der unzufriedenheit der leute mit dem system mit ihrer eigenen sozioökonomischen lage sicher auch mit mit anderen identitätsfragen und deswegen ist mit dem abgang von trump aus dem weißen haus jetzt der trumpismus überhaupt nicht vorbei ganz im gegenteil trump hat ja auch schon angekündigt er wird sich andere plattformen suchen um entsprechend politisch aktiv zu bleiben und man muss sich ja wirklich mal vor augen halten nach diesen vier jahren 70 millionen leute an die wahl ohne für sich zu bekommen dass das ist ja sozusagen auch ausdruck des wahnsinnigen mobilisierungspotenzials das er hat für die republikaner es gibt einen erheblichen teil an mit ihren repräsentantenhaus die ja durch durch diese trumpwelle auch dieses mal wieder mit reingespült worden sind ja der vorsprung der republik der demokraten im repräsentantenhaus ist ja bedenklich geschrumpft und es wäre wahrscheinlich ohne trump kaum kaum möglich gewesen deswegen der trumpismus ist nicht vorbei und mit oder ohne scham und scham wird vielleicht in der einen oder anderen rolle auch wieder auf der auf der bühne erscheinen aber die ursachen dieses populismus und die ursachen von scham die sind ja nach wie vor da und die sind auch nicht weg mit mit seinem abgang aus dem aus dem weißen haus ich möchte noch mal unterstreichen was was diesen ansatz angeht ist der der bipartisanship also dass man versucht wirklich auf beide seiten war both sides of the aisle wie man in amerika so schön sagt also auf beide lager zuzugehen und das wird eine der größten herausforderungen für beiden werden das ist bei jedem amerikanischen präsidenten so weil die amerikanische gewaltenteilung der normalzustand ist dass ein präsident zumindest in einer kammer des parlaments eine mehrheit gegen sich hat von der anderen im partei aber angesichts des sechsten januars in der vergangenen jahre ist es jetzt ist es jetzt umso wichtiger und ich hoffe dass das dass das gelingt und ich nehme so ein bisschen mit sorge zur nehme sorge war dass jetzt der plan von beiden für das 1,9 billion dollar relief package dass jetzt schon die ersten töne sozusagen kommen ja wir zu zum notpeitschen wir es halt nur mit demokratische mehrheit durch also ein staatstragenden thema wie im relief package kann das ja auch sinn machen und er hat ja die mehrheit und wenn er die mehrheit hat sollte er sie nutzen aber bei einem ich sag mal so gigantischen vorhaben wie das dass er jetzt dass er jetzt dort plant wäre es durchaus wünschenswert wenn wenn man wenn man versucht weil es ja auch mehr oder weniger eine eine nationale notsituation ist hier nicht nur demokraten und politikaner betreffen sondern wirklich alle hier hier zu versuchen eine einigung möglichst breite einigung hinzubekommen ich hoffe sehr dass er das schafft und und es bleibt ihm glück zu wünschen weil wir erinnern uns an andere präsidentschaften wo dann in den ersten 100 tagen diese strohhalme nicht genutzt worden sind auch vielleicht von der opposition nicht genutzt worden sind und dann die nächsten vier jahre leider sehr stark das lagerdenken dominiert hat und das brauchen wir jetzt wirklich nicht und das braucht amerika vor allem nicht okay vielen dank zunächst nochmal dafür dafür so langsam auf das ende dieser veranstaltung zu steuern würde ich ganz gerne mal die bilanz ziehen wir haben jetzt viel über die situation gehört in den vereinigten staaten auch in der welt und ich glaube auch viel diskutiert über den punkt wie können wir in der weltpolitik zusammenarbeiten wo es gibt es unterschiede wo gibt es auch herausforderungen an europa und auch an deutschland vielleicht können wir zum abschluss dieser runde hier noch mal so ein bisschen runtergehen auf die zivilgesellschaft runtergehen im sinne von runterbrechen zu uns allen uns allen menschen denn wir haben wir wollten ja eigentlich wissen wie kommen wir da raus weltpolitisch glaube ich haben wir da ein bisschen was zu gesagt aber was kann das sozusagen jetzt auch das deutsch amerikanische verhältnis europäisch amerikanische verhältnis jetzt auch wieder beflügeln auf einer sehr zivilgesellschaftlichen ebene herr schroth vielleicht begehen sie mal welche gedanken brauchen wir da die wir jetzt noch nicht diskutiert haben sie müssten sich sorry jetzt bin ich einmal kurz runtergefallen von meinem kleinen bücherstapel sie meinen speziell die zivilgesellschaftliche ebene ja die 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 ebene der bürgerinnen und bürger auf beiden seiten des atlantiks sie haben die organisation der jungen atlantiker gegründet herr gabriel chef der atlantik brücke also zwei gremien die ja nicht nur auf der hohen politik sozusagen agieren sondern sich auch sozusagen die freundschaft über den atlantik hinweg zum ziel gesetzt haben ja ich kann bei der gelegenheit vielleicht ein zwei sätze kurze organisation machen ohne jetzt hier product placement zu machen also das ist ein ehrenamtlicher verein der sich vor allem den den beziehungen den jungen generationen auf beiden seiten vom atlantik widmet denn die deutsch-amerikanischen beziehungen leben ja auch sehr stark neben den gemeinsamen interessen und werten vom historischen fundament luftbrücke marschelplan ich bin ein berliner und so weiter und so fort und die organisation hat sich zur aufgabe gemacht zu fragen was ist eigentlich das narrativ für eine generation die diese historischen pink marken im deutsch-amerikanischen verhältnis nicht selber mitgemacht haben das heißt die also nicht aus eigener persönlicher erfahrung diese diese sozusagen überragenden positiven eindruck haben von den deutsch-amerikanischen beziehungen sondern die mehr oder weniger somit mit aufgewachsen sind mit den beziehungen nach der wiedervereinigung nach ende des kalten kriegs und das versuchen wir so ein bisschen zur debatte zu stellen studienreisen und so weiter ich glaube am ende des tages ist es ist wirklich wichtig dass das nicht nur in den hauptstädten und in den großen städten schüler austausch studentenaustausch diskussionsveranstaltungen und so weiter und so fort passieren sondern dass man sich um 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 ein zitat von Herrn gabriel zweckentfremden zu dürfen dahin geht wo es wo es kraft und manchmal stinkt ich glaube das waren ihre worte damals ja ich weiß ich weiß ich weiß und und dass man dass man sozusagen den schüler austausch nicht nur nach berkeley und new york city lenken sondern sondern auch nach iowa und auch haio und umgekehrt hier in deutschland nicht nur nach berlin und nach münchen sondern vielleicht auch ans land brandenburg oder nach mecklenburg-vorpommern und das zweite ist was ich sagen möchte dass man sich wirklich mühe geben muss auch demografische gruppen zu erreichen die jetzt nicht der klassischen transatlantischen gemeinschaft angehören also sprich herr gabel hat schon erwähnt der demokratische trend in den usa führt dazu dass ja auch die die sozusagen die weiße bevölkerung bald in einer numerischen minderheit sein wird und entsprechend müssen wir uns fragen wie können wir asian americans latin americans african americans und so weiter integrieren in den transatlantischen gedanken und umgekehrt hier auch in deutschland was ist mit den vielen mitbürgerinnen und mitbürgern mit migrationshintergrund die sozusagen nicht in diese sagen wir mal in dieses klassische denken vielleicht mit herein gewachsen sind wie schaffen wir es die zu begreifen zu begeistern für die deutsch amerikanische beziehung letzter punkt da bin ich ruhig versprochen ist dass mir dass wir glaube ich auch manchmal neue themengebiete mit erschließen müssen beispielsweise was können wir beim thema migration voneinander lernen was können wir beim thema klimawandel voneinander lernen digitalisierung die ganzen großen themen handel sicherheitspolitik diesen alle wahnsinnig wichtig und müssen weiter beackert werden aber einer der stärken dieses bündnis ist es ja die unglaubliche breite und vielfalt an themen besprechen zu können und das sollten wir mehr nutzen und ich glaube so kann auch vertrauen austausch verständnis entwickelt werden vielleicht können wir auch einen kleinen bescheidenen beitrag dazu leisten dass auch ein gräben ein graben der ein oder andere graben amerika mit zugeschüttet werden kann wenn auch für unsere amerikanische freunde der blick über den atlantik weiter drücken und natürlich auch okay vielen dank dafür der blick über den atlantik und das alles während wir nicht reisen können also diese art der kontaktpflege ist in so moment nicht gegeben das schicksal teilen wir alle auch in unseren amerikanischen freunden herr gabriel zum schluss der veranstaltung noch mal vielleicht ein positiver ausblick brücken bauen atlantik brücke wir haben sozusagen glaube ich jetzt relativ kritisch auch die situation beschrieben stichwort wie kommen wir da raus und wie kann es sozusagen eine auch wieder eine eine annäherung eine festigung des transatlantischen verhältnisses auch auf bürgerebene geben das ist schon so wie das hat geschildert hat wir haben traditionelle transatlantische beziehungen auf der ebene der bürgerschaft der zivilgesellschaft die eher geprägt sind erstens von west und ostküste in amerika und zweitens im wesentlichen das weiße amerika bei denen ich noch zu der generation der jüngeren gehören würde also das ist schon das problem wir haben deshalb in atlantik brücke auch mit hilfe der bundesregierung so ein programm vorgeschlagen da fangen wir jetzt an dieses new america also das amerika von morgen das ist eben in der mehrheit asiatisch abstimmig afroamerikanisch lateinamerikanisch und am liebsten würde ich mir wünschen wir hätten so ein großes europäisches senator fulbright programm das ist ja ein programm wo die amerikaner nicht schüler und studenten aus der welt zu sich einladen sondern vor allen dingen leute die so am beginn ihrer karriere schritte sind die schon ihre ausbildung abgeschlossen haben an die müssen die noch unter 40 sein und die leute aus medien aus wirtschaft aus kultur aus journalismus aus politik einzuladen und denen zu zeigen was europa eigentlich ist was deutschland ist das glaube ich brauchen wir denn es gibt keine selbstverständlichkeit mehr dass ein paar tausend gis ein paar jahre lang in deutschland sind hier heiraten kinder kriegen und wenn sie nach harvard gehen ich habe da bin da in einem center for european studies das ist inzwischen schwierig junge studierende wenn sich für politik oder geschichte interessieren für europäische oder gar deutsche politik und geschichte zu interessieren das ist auch ganz logisch wenn die eigenen eltern aus asien kommen oder die großeltern aus afrika oder aus latinamerika und man historisch oder politisch interessiert ist guckt man eher in diese regionen und nicht ins nicht ins alte europa und das kann man ändern dadurch durch maßnahmen wie herr schrozi beschrieben hat ich finde diese idee junger transatlantiker super und ich glaube man kann es auch auf staatlicher ebene in dem man solch so einen austausch richtig organisiert angeht und pro jahr ein paar tausend junge amerikaner nach europa holt und ihnen hier anbietet etwas was sie vielleicht sonst nicht erleben werden das wäre mein vorschlag vielen dank are we still friends das war das thema der veranstaltung heute ich hoffe wir wissen jetzt ein wenig mehr wie wir freunde bleiben oder werden können sigmar gabriel herzlichen dank an sie und an jakob schroth und ich würde hier mit das wort nochmal an daniel messner geben vom deutsch amerikanischen institut ja vielen dank und auch ein ganz großes dankeschön von meiner seite erstmal für die tolle moderation vielen dank herr gabriel herr schroth vielen dank für die angeregte diskussion es ist doch schön zu sehen dass auch wenn man im grunde dieselbe richtung teilt dass man doch noch punkte hat über die man sich angeregt austauschen kann vielen dank an unser dolmetschen team das uns ermöglicht hat diesen vortrag oder dieses gespräch noch einem breiteren publikum zu öffnen vielen dank an unsere unterstützerinnen bei der friedrich ebert stiftung bei der kreissparkasse tübingen und bei den stadtwerken tübingen und natürlich ein ganz großes dankeschön an sie fürs zuschauen fürs dabei sein fürs angeregte fragen stellen wir sind leider bei weitem nicht durch alle fragen gekommen aber ich glaube das zeigt ja eigentlich auch gerade den wert von solchen gesprächen also wirklich ist wir hätten hier noch stunden weitermachen können und ich glaube die themen werden uns so schnell nicht ausgegangen und auch die fragen nicht und ich glaube das zeigt das was ich jetzt von hier mitnehme ist wichtig dass wir im austausch bleiben und ich hoffe wir konnten heute unseren beitrag dazu leisten diesen austausch fortzuführen und weiter am laufen zu halten und ich bin sehr gespannt was die zukunft bringt und wer weiß vielleicht wenn wir das nächste mal bilanz ziehen hat sich schon so einiges geändert und ich bin gespannt wo der weg hinführt vielen dank dass sie dabei waren schauen sie gerne wieder mal bei uns vorbei und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen schönen abend und bis zum nächsten mal vielen dank schönen abend tschüss